ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft und zwar sind wir heute auf GOMHD.net und wir spielen eine Runde Rage Mode auch ja ähm wir sind hier auch schon extra in Rage Mode Bereich da geht's mal so muss man den Server aus, der noch frei ist der... nehmen wir mal einmal da unten klar sind wir hier hoffentlich kommt noch mehr dabei hat noch weitere Spieler wir haben jetzt jemand schon einen Run das wäre hier auf jedem der da oben ist schauen wir mal ob jemand kommt und wer zu spielen will weil wir haben ja ganz keine Fans so richtig deswegen so oh gut äh so und so und so und so 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 okay oh das ist doch okay äh das ist meine dritte und Rage Mode jetzt äh ja das ist jetzt nicht sondern nicht viel oh das ist mit dem Ziel nein oh nein oh nein aber auch schnell egal wann geht's los bis heute ja hier kann man noch mal meine Statistik sehen so also der Start also der Start also der Stärkung Rage Mode States also in der Rang 85.827 20 Punkte habe ich 127 und 14 ja die Spiele 1 hä das ist nur für heute das ist nur heute ok äh gewann die Spiele 0 also ja auf jeden Fall schon mal das Spiel ähm ach oh ja ok gut dann fängt es an dann ja oh was ist das denn genau dann geht's los 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 die Map kenne ich nicht das heißt ich halte abhüfen mal schauen ob jemand ist sind wir irgendwie groß oder sind wir irgendwie nur irgendwie wenig nicht oh wer scheiße oh ist denn zu und 6 ok oh wer scheiße oh da ist drüben in der Explosion das heißt da sind Balls oh das heißt auch Leute oh da hat drüben ist einer der hat mich gesehen der hat mich gesehen oh da 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 oh scheiße da da ist noch nicht ich habe gesagt ich bin nicht der Beste also besser gesagt ich bin der totale du und ja ach schon mal wieder nach irgendjemand finden in der Kirche scheiß Wasser äh ich meine Riddles kann auch teilen hier frag mich nicht warum oder so hab ich gekriegt oh ich hab gekillt oh das wär ja schön oh den hab ich gekillt du bist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin der die ich bin nicht ich bin ich bin das ist Mh, okay. Oh, da, der kommt vielleicht raus. Oh, ich wollte eigentlich von hinten. Nee. Loll. Hä? Okay. Komisch. Egal, suchen wir mal weiter. Schluss noch, man, ich will mal was kaufen. Okay, egal. Dann laufen wir, laufen. Okay, nein, oh. Hä? Oh. Wie, einfach nicht schick. Okay, laufen wir, da, da haben wir eben schon. Oh, ich sehe, ich habe sie, holen. Okay. er ist es für den frühen ich finde immer kein bisschen nein er hat mich hier ist in ja ich habe ihn das hier Oh, wollte ich die Combat X nehmen, aber hat ja nicht geklappt. Wie erst mal auf 10 Meter ran, ah, auf 2 Meter ran kommen. 10 Meter, 12, 15 mal. Nee, aber irgendwie auf 2 Meter und dann so mit Bogen in die Schnur zu fahren. Kann ich ja auch, also das ist ja nicht schwer. Ich weiß mir natürlich voll das Vorbild, wenn ich in die Straße bin. Hier ist die Ecke, abbiegen. Wenn das so schön noch falsch war, aber... Äh, egal, ne, wir sind hier hier nicht. Autofahren, wir sind hier hier jetzt so. Kämpfen und da rennt er weg und den krieg ich nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, wo das drüben ist. Tah Na, wo so gut sind, da sind wir. Wir sind letzter mit einer 3,7 KD, der andere hat 4, 4, der andere hat 3, ja, das war jetzt echt schlecht die Runde. Wollte ich sagen, machen wir noch eine Runde, aber nicht Raid Mode, sondern... Ja, machen wir mal Trouble in Minecraft, und dann holen wir dazu, suchen wir uns mal schon schön, drüber, 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 äh, gehen wir, ich habe jetzt keinen Bock auf Vs, nicht so dermaßen, äh, da, Minecraft City, das ist schön, haben wir das, So, stimme ich hier runter, ähm, hoch, auf 50 Konten, dann beginnt's. Uh, nein, ach man, okay, ich höf mich jetzt, kann man sich hier hinlegen, nee, ist falsch rum, doch, ist falsch rum, äh, ja, Das ist Minecraft City, kommt mir jetzt nicht so gar nicht vor. Ah doch, doch, die mir kenne ich, die, das ist mein Lieblingsweb, Ost-Urgleich-Ide, die hab' ich auch. Ja, und das ist mein Lieblingsweb. Oh, Milikern. Oh. Also, voll in der Freude hat's für Schwert, natürlich. Äh, noch eine Milikern für Zahnwein, nein. Und ich hab' auch nichts, vielleicht noch eine Nachkampfwaffe wär' gut. So, ja, ganz nice. Teste, ich find' irgendwo, dann kann ich auch reingehen. Ähm. Cool. Voll Schwert. So. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So was guck ich eher so auf den Chat und guck mir und denk mir so ein Teil. Äh... 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 Ja... Ich glaube, wie sie mal nennen. Äh... Ne... Ja... Freunde hab ich... Ja... Ja... Hä... Äh... Hä? Ja... 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 So... 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 So...